wunderschönen guten tag zu einem neuen tutorial heute hier ja animation map trigger hammer zwar schon relativ viel gemacht zumindestens wie man das skript einbindet wie man animationen repariert aber was wir irgendwie noch gar nicht gemacht haben wie man eigentlich ein gebäude das einem jetzt vielleicht gefällt aber eben keine animation hat aber die benötigen teile dafür hat wie man das ganze dann eben zu einem ja animierten objekt skripten kann ich nenne es mal skripten das hört sich eigentlich irgendwie doof an aber ja mehr oder weniger ist es so und dazu werden wir uns heute mal die ganze geschichte anschauen ich habe jetzt hier schon mal den data ordner von farming simulator geöffnet es ist bei mir jetzt in dem fall programme dann steam steam apps kommen farming simulator 15 und dann data und hier ist der ordner maps drinnen und ich öffne mir jetzt einfach mal die map 01 die da schaue ich mal schnell rein und ja ich habe mir dann gebäude rausgesucht was ich gerne animieren würde das dauert jetzt ein moment hier bis er den editor geladen hat und jetzt so genau und zwar würde ich gerne ich glaube die halle ist dass diese halle hier schauen wir mal schnell das sind ja alle teile dazu wir markieren uns die ganze transform group von dieser halle denn ich möchte hier mal die tore animieren dass die auf und zu gehen und ja dementsprechend eben das ganze anpassen wir gehen hier oben auf file export selection with files und dann gehen wir mal auf den desktop tutorial und machen wir hier einfach mal einen neuen ordner animation so genau einmal das und dann halle björn holm in dem fall speicher ich mir sagt hier schließt das ganze und ganz wichtig nicht speichern einfach auf nein klicken dann haben wir das so dann gehen wir auf die vertex design seite hier einfach vertex design punkt net ich schmeiß den link wieder in die beschreibung dass ihr das habt drücken hier auf download und laden uns diese animation map trigger datei runter grundsätzlich sollten alle die jetzt das tutorial hier verfolgen die anderen folgen sollten den schon haben werden noch nicht hat einfach eben hier auf download drücken und dann habt ihr das ganze so das schließt man bzw das wollte jetzt eigentlich nicht aber sehr egal so gut dann habe ich die wieder da dass ich euch den link dann in die beschreibung schmeißen kann so animation map trigger entpacken und dann habt ihr hier eben die ganzen lures die moddesk xml die animation map trigger lua und 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 also alles was ihr im endeffekt dann für den gebrauch davon braucht darauf gehe ich jetzt aber nicht weiter ein das habe ich nämlich schon mal gemacht das einzige was wir hier haben ist die different trigger settings genau und bei euch ist in der regel genau dieser bereich da und die i3 d von dem trigger ist nicht da die habe ich mir reingeholt die habe ich mir aus einem gebäude quasi rausgezogen und das machen wir jetzt auch ich nehme jetzt einfach mal eine x beliebige map ist scheißegal welche hauptsache sie hat irgendwas vom animation map trigger verbaut irgendeine die schnell lädt ist eigentlich echt egal ich nehme jetzt meine bindelbach map map 01 das dauert auch wieder einen moment bis die geladen hat aber nur dass ihr genau den weg sieht und vor allem dass ihr seht hey das funktioniert mit einem x beliebigen gebäude das muss nicht zwingend jetzt schon ein an eine animation haben ich muss ja auch nicht zwingend in einem programm erstellen also wie jetzt sei es na wer ist maya oder schieß mich tot irgendein programm braucht ihr nicht zwingend dazu sondern wir können uns das ganze hier raus ziehen so hier habe ich den trigger ich mache jetzt in dem fall lösche ich das tor das dauert jetzt einen moment weil die karte mittlerweile echt groß ist und da dauert es richtig richtig lang so da habe ich den trigger gehe ich hier oben wieder auf file export selection with files und dann gehe ich in dem fall jetzt auf auf meine in den animation map trigger ordner hier bei different trigger und sagt hier sagt hier einfach gibt hier ein trigger den ganz normalen standard mäßigen und speicher das ganze hier dann entsteht eben dieser trigger die 3d davon und die können wir dann dementsprechend eben weiter benutzen so ich speichere das jetzt nicht und ihr auch nicht also wenn ihr irgendwas aus der map löscht dann nicht speichern ihr braucht wie gesagt nur die daten die ihr euch da raus zieht so dann öffnen wir mal unsere halle wo habe ich die jetzt sind also auf dem desktop genau die ist ja auf dem desktop animation tutorial halle björnholm die öffne ich mir jetzt mal und import g und dann haben wir hier in einem anderen ordner verdammt dann jetzt auch noch auf die falsche platte gedrückt die braucht wieder ewig bis sie startet jetzt so modding ls 15 anders stopp und zwar da haben wir das tutorial und da haben wir die daten denn ich nehme jetzt die hier die different trigger settings mit steuerung und c und kopiere mir die in meinen hallen ordner beziehungsweise jetzt da in dem fall in das animation tutorial dass das alles an einem ort ist dann kann ich nämlich hier auch file import different trigger settings trigger öffnen so diesen trigger benenne ich mir jetzt erst mal um und sagt hier einfach nur trigger so und duplizieren wir den denn ich brauchte von zwei sagt hier steuerung und x macht den mit in meine halle hier rein und sagt dann hier mal steuerung b einfach mal hier an die ecke hin dann haben wir den trigger auch schon hier noch hier schön auf 90 grad drehen so dass man von außen öffnen kann einfach ein bisschen mittig hier vor die ganze geschichte hinsetzen so dann brauche ich mein tor das ist das hier und sagt hier steuerung und x und setz das ganze in den trigger sozusagen rein jetzt verspringt mir das tor das heißt ich muss das wieder hier zurück an die richtige stelle ziehen und einrichten das ist das einzig blöde in dem fall in der transform group dass das eben dann hier etwas rum springt das heißt ich muss mir leider das tor dann ebenso einpassen dass es dass es eben wieder passt kann jetzt klären wir hier genau auf 90 grad und dann hier noch ein bisschen weiter raus so in etwa oder wie schaut es mal falsch also das schon ordentlich machen umso ordentlicher ihr das natürlich einrichtet umso schöner wird es dann später da gehört dann haben wir das tor wieder hier drinnen soweit und dann können wir hier einfach mal schauen wenn wir das rüber schieben dann ist es ordentlich hier vor der öffnung so tor nummer eins dann machen wir dasselbe hier mit dem trigger wir sagen steuerung und x gehen hier oben in die halle rein steuerung und v und dann nehmen wir uns das zweite tor setzen das ganze in den beziehungsweise erstmal den trigger hier vor jetzt hätte ich schon wieder fast eins vor dem anderen gemacht auch wieder den trigger hier sauber vor das loch hinsetzen nicht drehen wenn es geht nicht drehen wenn es geht runter mal schauen dass man hier ungefähr auf bodenhöhe sind weil es bringt auch nichts wenn der trigger zu hoch ist und wir den dann nicht mehr erreichen sondern oder springen müssen dass man ihn erreichen das wäre natürlich doof so hallentor wie vorhin auch schon hier steuerung x und steuerung und v dann ist das halt jetzt auch wieder weg hier 90 grad das ist jetzt in dem fall sogar wurscht bei dem tor in welche richtung wir es drehen was ihr jetzt machen könnt in der regel sollte das funktionieren ah ne doch funktioniert eigentlich schon mal kurz hier gucken genau steuerung und z und zwar den x-wert kopieren dann auf das hallentor den x-wert hier einsetzen und dann sollte das das war genau der falsche ok ihr könnt mal probieren ob ihr die ganzen werte einfach kopieren könnt kann aber sein wie es jetzt auch hier ist durch das dass der trigger auch wieder an einer anderen stelle sitzt werden auch die werte anders ja lokalisiert von eure xy und z richtung so ich setze das jetzt mal hier wieder ganz knapp hin es ist natürlich hier jetzt ja realismus gleich null weil das tor quasi an dem holzbalken entlang rutscht und nicht hier an ja an irgendeiner führung das ist jetzt eher blöd aber ja für zuschauzwecken kann man das jetzt glaube ich mal so durchgehen lassen so dann haben wir das das ich speichere mir jetzt den ganzen die ganze halle hier mal und zwar halle bjorn an ihm oder ani die speichern mir das ganze so und jetzt geht es wieder los dass wir die editor xml brauchen ich schließe jetzt den editor mal und dann gehen wir hier in die lokale daten beziehungsweise hier geht auf ausführen und dann schreibt ihr hier in ausführen einfach app data rein sagt ok und dann geht bei euch der ordner app data auf dann gibt es ja ein local ordner und hier ist eine giants editor 64 bit 6.05 und hier ist wiederum zum einen die editor lock die euch sagt wenn fehler da sind die eventuell auch nicht unbedingt im lockfenster angezeigt werden und dann haben wir eben die editor xml die öffnen wir uns und schauen wir mal rein jetzt muss ich nur kurz was macht er nicht genau das passt ach da sind noch ein paar maps drinnen die er jetzt gerade laden muss der notepad plus plus bin schon wieder gut vorbereitet sehe ich gerade das hat schon wieder super geklappt jetzt kommt lad die geschichte so genau und jetzt haben wir hier eine zeile force external binary files das heißt er möchte die animation und die shapes in eine externe datei speichern da stellen wir jetzt das true auf false und sagen hier speichern normalerweise wird er bei euch fragen ob er dann administrationsrechte kriegt genau so animationsrechte animation administrationsrechte die müsst ihr ihm geben und dann speichern und wenn ihr jetzt den editor öffnet jetzt sollte eigentlich eine nachfrage kommen warum jetzt warum fragt er danach weil normalerweise kommt eben die meldung dass die editor xml geändert wurde und dadurch das ganze ob er jetzt die neue laden soll oder die alte beibehalten und da klickt er auf ok dann lädt er die neue laden soll oder die alte beibehalten und da klickt er auf ok dann lädt er die neue laden soll dann gehen wir hier auf import dann gehen wir hier auf import holen uns unsere halle björn annehmen hier rein ich hole mir die wieder hier hin machen wir jetzt mal kurz das die ziehe ich mir mal kurz auf lenken bildschirm dass ich da was sehe und dann gehen wir hier oben auf file save es und speichern das ganze wieder in der halle björn ja genau und jetzt hat sich also die datei hatte davor drei kilowatt oder ein bisschen mehr vielleicht vier und jetzt hat sie 386 ist im endeffekt ähnliche funktion wie beim reparieren was wir das letzte mal gemacht haben animation reparieren hat im endeffekt den gleichen hintergrund weil eben wir die animationen da drin brauchen in dem fall ist noch keine animation drinnen die werden wir uns jetzt anpassen oder machen in dem fall ich schließe jetzt hier mal alles und das ganze machen wir wie folgt wir gehen hier auf die halle björn anni mit rechter maustaste drauf edit with notepad und jetzt seht ihr schon hier sind ganz viele vertex einträge die seht ihr normalerweise nicht wenn ihr diese datei öffnet die kommen nur wenn ja wenn ihr eben die annehmen und die shape datei in der i3d mit speichern lasst so wir scrollen hier ganz ganz runter wirklich bis ans ende damit wir hier zum einen diese user attributes hier haben und das sehen wir schon aha da sind trigger drin da sind auf einmal die ganzen animations clip und 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 drinnen die ganze anpassung hier ist natürlich in dem fall einfach weil ich mir jetzt einen animation map trigger hier rausgezogen habe wenn ihr das nicht habt dann müsst ihr im endeffekt diese ganzen einträge hier anpassen oder rein machen und das werden wir bei einem trigger jetzt dann auch machen damit das einfach hier wirklich klar ist wie das ganze funktioniert so den lasse ich mal hier und dann haben wir im endeffekt hier unsere hallentore ja jetzt schaue ich nochmal dass ich hier auch wirklich geschlossen bin genau das ist relativ knapp hier mit dem rahmen da muss man ja ein bisschen schauen dass das ganze eben mittig davor sitzt damit eben nicht irgendwo noch eine öffnung da ist von diesem tor so das hammer soweit soweit und hier haben wir eben wenn wir den trigger mal anklicken hammer wenn wir uns einen fertigen trigger rausgesucht haben dann haben wir hier diese ganzen einträge die sind im endeffekt jetzt von einer animation beziehungsweise für die animation ich mache das ganze jetzt aber hier mal auf die aggressive tour ich lösche den ganzen klubbau hier und jetzt brauche ich nur eins und zwar weil das will ich nicht alles neu eingeben dazu habe ich aber hier meine genau das ziehe ich mir jetzt schnell aus meinem tor raus die einträge für die animation selber wie man das ganze eingibt das habe ich jetzt weiß ich definitiv nicht auswendig werde ich mir auch ganz sicher nicht merken weil das sind so sachen die kann man kann man kann man kann man eben nachschauen öffnen und speichern und dann und dann und dann ganz runter so und jetzt habe ich hier ein animation set dieses animation set mache ich jetzt mit steuerung c hole ich mir das raus aus meinem holzbalkentor und mach hier und das ziehen kopiere ich mir das ganze rein jetzt habe ich aber einen eindruck vergessen und zwar klammer auf animation und klammer zu genau dann haben wir nämlich hier diesen bereich das ganze dupliziert man sich jetzt auch noch das heißt aber nur diesen dieses animation set hier mache ich hier steuerung und c steuerung und v mach mir das ganze hier nochmal rein und dann können wir hier im endeffekt das ganze mal ende ich jetzt zu halle björn björn und kopiere mir denn und mach hier auch halle björn so diese einträge hänge ich euch in einem pfeil unten an die video beschreibung mit dran dass ihr die habt dass ihr sie im endeffekt genauso wie ich nur rein kopieren braucht und dann habt ihr sie drinnen genau das mache ich euch dann könnt ihr nämlich da das ganze hier dementsprechend eben richtig anpassen und braucht dann nicht irgendwie ja lang rum machen so jetzt möchte ich aber das ganze hier nicht dass es balken heißt sondern ich mache das ganze jetzt zu tor 1 und hier unten tor 2 und dann schiebe ich mir das mal hier rüber den bereich jetzt nicht genau und ziehen wir das mal darüber da sehe ich es besser so und zwar fangen wir jetzt mal an den trigger hier zu erstellen beziehungsweise ja in dem fall dann zu bearbeiten und machen jetzt als erstes mal einen string diesen string nennen wir animation clip sagen hier dann kommt hier ein ja ein eintrag wo wir was reinschreiben können und den nennen wir jetzt im endeffekt dann tor 2 tor 2 weil das jetzt das recht ist ich möchte das linke als tor 1 haben auch von der hierarchie her ist jetzt das im endeffekt tor 2 so dann haben wir hier wieder einen string da geben wir ein hood overlay name sagen wieder add und da geben wir im endeffekt das den begriff ein der dann in der xml wiederum den namen lädt was wir im hat oben stehen haben wollen wir können jetzt da zum beispiel door hat dann gibt es noch gate open gate door oder so also verschiedenste namen man kann auch selber welche anpassen sich anpassen das ganze habe ich im letzten in dem reparatur video von dem animation map trigger erzählt gezeigt und genau da können wir eben einen namen definieren oder eben einen vorhandenen in dem fall nehme ich jetzt das tor hat so dann haben wir wieder einen string diesen string nennen wir input key sagen wieder hier und geben hier ein alles groß geschrieben animation unterstrich 1 das ist der definierte key der wiederum auch in der xml dann hinterlegt ist da gibt es ein 1 und 2 also zwei verschiedene keys je nachdem welchen ihr dann nehmen wollt nehmt ihr da grundsätzlich ist immer standard die 1 so dann haben wir necktext das ist im endeffekt der text der oben im fenster erscheinen soll was denn gerade passiert in dem fall muss ich mich gerade berichtigen hier oben hat overlay name ist natürlich nicht der name der oben im hart steht sondern welches symbol angezeigt wird und da ist hier in dem ordner von das das war das war das war das war das war wird dann in dem fall geladen wenn hier door hat eingetragen ist oder bin ich jetzt richtig ja bin ich richtig genau so necktext ist im endeffekt das was dann oben im hat angezeigt wird close in dem fall gate door alles groß geschrieben und eben da als trennung der unterstrich dann haben wir ein script callback das ist jetzt die nächste variante der eingabemöglichkeit und das ist ein sogenannter on create die gibt es öfter im ls das ist so im endeffekt immer die geschichte wenn skripte geladen werden wir machen diesen on create und dann nennen wir den animation map trigger punkt on create und damit wird im endeffekt die animation map trigger lure geladen beziehungsweise in der richtigen form geladen so jetzt gibt es eine möglichkeit noch eine schaltfläche einzutragen hier das nennt sich boolean dort kann man jetzt zum beispiel eben wie wir es jetzt hier machen play sound only once und das ganze als boolean sagen hier und da der kann im endeffekt nur ein und aus das heißt entweder es wird der sound nur einmal gespielt oder er wird immer wieder wieder wiederholt das machen wir auf true das heißt im häckchen rein dann ist es aktiviert und dann machen wir uns noch den nächsten wieder ein string in dem fall den post text und das ist jetzt im endeffekt der wenn das tor zu ist und ihr dahin kommt dann steht oben im menü eben open gate door ich möchte das öffnen deswegen open gate door so dann haben wir noch mal einen string wir wollen den sound hier abspielen also braucht man natürlich auch einen sound file den tragen wir hier ein und jetzt ist es je nachdem wo ihr und welchen ihr haben wollt in dem fall ich mache jetzt mein standard ordner für die sounds trage ich hier ein und in dem fall möchte ich jetzt einfach ganz easy die click wave abspielen die schmeiße ich dann noch in den ordner so und dann haben wir noch einen float ein float ist im endeffekt ein einstellbereich den wir hier eintragen können das ganze für den speed scale add und das sehen wir jetzt da haben wir hier hinten so was und da können wir im endeffekt einmal über diesen wert hier einstellen oder eben einfach hier auf 1 in dem fall ist es ein multiplizierer das heißt die zeit die wir später angeben wie lang das tor brauchen soll kann man hier über diesen wert dann mal 1 oder mal 0,75 also dass es langsamer ist je nachdem das ist ein multiplikator so die wichtigsten sachen haben wir hier drinnen es gibt noch ein paar zusatzfunktionen die ihr noch eintragen könnt die sind aber alle in dieser animation map trigger geschichte mit drinnen da ist hier eine user attributes pdf und hier seht ihr im endeffekt auch die erklärung was wo wie wann passiert in dem ganzen hier loop animation das heißt dass es immer wieder hintereinander diese animation abgespielt wird ja acceleration time also beschleunigt den clip am anfang oder bremst den clip am ende da kann man halt wirklich so smooth animationen noch machen ja die man dann noch dementsprechend einstellen kann das übersteigt aber jetzt einfach dieses tutorial das ich mache nur die grundlage die feinheiten könnt ihr dann im endeffekt selber machen hier gibt es auch zum beispiel open time close time die könnt ihr dementsprechend dann auch mit eintragen hier steht auch immer der name und dann was es für ein attribut ist also eben ein float ein boolean ein string oder 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 das kann man sich ja alles eben dann mit rein tun und dementsprechend anpassen wie man es gerne selber hätte so dann haben wir das alles und ich mache jetzt eins nachdem ich den trigger jetzt hier soweit erstellt habe gehe ich mal in meine xml die ich ja noch offen habe und da habe ich ja jetzt hier dieses animation set das ganze markiere ich mir jetzt drück steuerung und c und gehe jetzt hier in den editor und sagt hier einmal speichern und dann wird im endeffekt meine xml aktualisiert jetzt schmeißt er mir aber natürlich die animation wieder raus die habe ich mir eben kopiert und die tue ich mir jetzt wieder hier mit rein so das ganze muss so sein oder was heißt muss so sein aber es wird im endeffekt jetzt hier hier sehen wir es hier ist alles jetzt so angepasst wie ich das gerne gehabt hätte ich mache jetzt den oberen trigger nachdem ich da ja nur das braucht tor 1 genau das passe ich mir hier noch an und dementsprechend haben wir jetzt hier die note ids die sollten eigentlich hier auch so passen ich mache jetzt das fenster mal zu hier und mache mir das hier auf halbe bildschirmgröße ziehe mir das auf die andere also kann ich mir nämlich ja das ganze schön anpassen hier beziehungsweise eben schneller die ganzen geschichten hier hin und her schieben so trigger 1 ist der trigger ganz schön verschoben merke ich gerade der passt der passt nicht okay muss ich mir nochmal anpassen hier so und das tour auch wieder anpassen ja ist ein bisschen ärgerlich wenn man da unsauber arbeitet dann muss man alles doppelt und dreifach machen so gut das haben wir trigger 1 ist node id 24 hier haben wir sie und hier haben wir jetzt im endeffekt tor 1 noch die node id 34 das ist jetzt durch das rauskopieren aus dem anderen ist hier die 34 das muss aber die node id 25 sein wie wir hier sehen wenn ich das tor hier anklick steht hier oben die 25 die brauchen wir jetzt habe ich nur gerade mit dem trigger natürlich wenn das ganze blöd ich muss nämlich die 3d noch mal speichern ja das solltest du noch mal tun damit der trigger auch an der richtigen stelle und das tor auch an der richtigen stelle gespeichert werden so node id 25 und hier werden wir dann die 27 haben genau das ist dann die node id 27 so jetzt haben wir hier translation rotation in dem fall können wir rotation komplett rausschmeißen die mal jetzt mal raus hier und hier genauso hier genauso und hier genauso so ganz einfacher punkt wir haben nur eine bewegung seitwärts aber keine drehung des ganzen bauteils deswegen können wir das hier rausschmeißen das braucht man in dem fall nicht und ja verwirrt nur ungemein deswegen lassen wir das hier raus so gut jetzt haben wir hier eine duration das ist die zeit wie lang das tor dauert bis es offen ist die können wir später noch variieren solange wir eben die 3d hier so in der form gespeichert haben ich werde das ganze bei 3000 lassen die ganze geschichte hier warum habe ich das jetzt zweimal das animation set brauche ich doch gar nicht doch brauche ich die können wir nämlich rausschmeißen hier die zweite zeile wir haben nämlich nur ein bauteil was wir bewegen von dem her brauchen wir keine zwei das ist jetzt eben noch von meinem tor weil das eben zwei balken hatte die sich bewegen so hier können wir auf jeden fall das rotation auch raus nehmen das braucht man nicht und gut so jetzt haben wir hier einen startwert und dazu gehe ich jetzt wieder auf mein erstes tor wir haben hier einen translate x wert minus 0,076 den kopiere ich mir mit steuerung und c gehe hier rein sagt steuerung und v dann den nächsten wert ist im endeffekt xyz ist hier ganz normal abgestuft immer mit einem leerzeichen und unbedingt zwischen den zahlen immer einen punkt so das kopieren wir hier rein und jetzt schaue ich mir mal an wo ich mein tor haben möchte wenn es denn dann animiert ist das schiebe ich mir rüber so dass die öffnung komplett offen ist in dem fall so jetzt habe ich hier neue werte natürlich wobei sich eigentlich nur der oberste verändert hat deswegen kopieren wir uns auch nur den obersten machen den hier rein sagen steuerung und v und dann passt das so selbiges bei dem zweiten hallentor da haben wir jetzt 0,01 ist auch mal ein cooler wert da habe ich irgendwie den trigger ziemlich passend hingesetzt so das und dann das und jetzt machen wir hier genau dasselbe machen das tor komplett auf oder beziehungsweise dann so weit wie wir es haben wollen und tragen dann den wert hier oben auch wieder ein so steuerung und v da muss ich jetzt noch ja ich bin gut und zwar die hinteren beiden werte sollte ich natürlich in der unteren zeile auch noch eintragen die kann ich mir aber in dem fall aus der zeile oben dann kopieren und hier genau dasselbe so einmal copy und paste so und jetzt haben wir hier im endeffekt ein animations set drinnen das ja hoffentlich dann auch funktioniert hier muss ich noch den tag anpassen das ist nämlich tor 1 und jetzt speichere ich mal meine i3d im notepad plus plus mach hier meine map hier oben auf refresh sag ja und jetzt machte mir hier gerade ein error while loading hallo warum ist das so animation animation ich habe da den end tag vergessen das ist natürlich blöd sollte nicht passieren aber somit ist es immer ganz gut dann seht ihr wenigstens auf was erachten müsst so jetzt speichern wir das nochmal und laden die nochmal so da laden einmal f und dann schauen wir mal was passiert wenn man hier das tor hier so was wir auf jeden fall sehen ist mal wieder die gelb hinterlegung hier auf der seite das heißt einfach dass eben die animation jetzt hier gefixt wurde und dementsprechend das tor eben dann funktioniert und ja wie wir sehen es funktioniert ich habe jetzt den loop ausgeschalten 3000 millisekunden schaut gar nicht mal so schlecht aus kann man glaube ich lassen und hier schauen wir auch noch ja das funktioniert auch und in diesem sinne ist dann auch die animation abgeschlossen jetzt haben wir natürlich das problem wir müssen wieder den giants editor dazu bringen dass er eine animations datei erstellt diese sogenannte annimm datei das machen wir in der form dass wir hier mal schließen sagen nein nicht speichern und gehen wieder in unsere editor xml die haben wir ja hier noch offen sagen hier wieder true speichern das und öffnen jetzt einfach mal na wo ist sie denn heute denn die jetzt wieder hin so tutorial und animation und einfach mal die halle bjorn an ihm hier laden warum fragt er nicht mehr sehr sehr seltsam eigentlich sollte er das jetzt muss ich das mal schnell überprüfen wird damit mal funktioniert mal funktioniert es nicht warum auch immer aber jetzt können wir das gleich zusammen schauen und zwar sollte jetzt eigentlich wenn ich das speicher genau hat aber funktioniert also er hat hier eine annimm datei erstellt und eben die halle bjorn an ihm ist jetzt wieder fünf kilo groß die 3d und somit ist diese animation hier fertig und kann auf der map gesetzt werden und eben dementsprechend dann benutzt werden so ich hoffe ich kann weiterhelfen ist mal wieder ein bisschen längeres video geworden ich hatte wirklich ganz schöne probleme damit am anfang denn ich habe einen fehler gemacht ich habe die tore nicht direkt in den trigger gesetzt sondern habe im endeffekt das ganze gebäude oder in dem fall war es ja bei mir das holzbalkentor habe ich alles in den trigger eingesetzt und das ist in dem fall falsch ihr dürft wirklich nur die teile die bewegt werden in so einen trigger reinsetzen nicht mehr nicht weniger wenn ihr das macht alle einträge soweit richtig setzt und anpasst dann sollte das ganze auch funktionieren falls fragen sind oder probleme einfach mir in die kommentare schreiben ich bedanke mich auf jeden fall bei euch fürs zuschauen würde mich freuen wenn das nächste mal dabei seid und ja bis dahin tschau tschau